Hallo da draußen! Moin! Ich bin hier gerade russisch Roulette mit Kreissäge. Ja. So. Hallo, hallo. Hinsetzen! Jawohl. So. Schnick-Schnack-Schnuck. Oh, ich hab gewonnen. Zuweser rein in die Kreissäge. Warte, warte. Schnick-Schnack-Schnuck. Warte, 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 warte. Machen wir, pass auf. Drück Enter, du drückst dein Papier, dein Schere und so. Und dann kannst du schon mal eingeben und dann bei Schnick-Schnack-Schnuck drücken wir dann Enter. Warte, ich zähl runter und bei Null drückst du Enter und dann sehen wir. Du sagst Schnick-Schnack-Schnuck einfach. Fertig. Okay, ich sag Schnick-Schnack-Schnuck. Hast du fertig eingegeben? Was eingegeben? Du drückst jetzt Enter und dann drückst du ein Papier, Schere oder Stein. Oder Stein und dann drückst du ja sobald wir beide gleichzeitig, wenn ich dann Schnick-Schnack-Schnuck sage. Okay, warte mal, warte mal, ich schreib schon mal hinten. Ja, genau. So, okay. Und der Verlierer muss in der Kreissäge immer durchlaufen. Ja. So, best of three. Also, Schnick-Schnack-Schnuck. Okay, nochmal. Oh, Mann. So. Nochmal. Go, go. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Ey, warte mal. Oh, ein Mädel, Alter. Ja, bei mir war der Ding ins Weck. Ja, ist okay. Du hast Stein gemacht. Fertig. Nochmal. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Nein. Ach komm, Leute. Der Stein, haut auf der Stein. Go, go, nochmal. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was nehme ich jetzt? Okay. Och, Mann, Leute. Ich hab die dämliche Lupe gerade. Ne, jetzt. So, jetzt. So, ich setz mich wieder hin. Ja, versuch mal. Alter, wie bitter. Du willst dich mal vollheilen vorher? Nein, lass da. Lass so. Nein, nein, nein. Der Dörf-Verlierer muss eben zerberstet werden. So, komm. Schnick-Schnack-Schnuck. Scheiße. Best of three, oder was? Lauf Kleinschlampe. Der bringt bei mir ja nichts. Was ist denn eine Schuhe, denn? Jawoll. Los, nochmal, nochmal, nochmal. So, Moment. Was nehmen wir jetzt? Voll sadistisch. Schere, Stein, Papier. Ja. Gewonnen. Aber, ähm, der Kammerkitz Schnick-Schnack-Schnuck. Wir können auch noch dafür zahlen, oder so? Ne, das wurde zu cool. Was los? Kommt doch Schnick-Schnack-Schnuck hier, oder was? Komm, macht ihr beiden mal. Ich bin gleich getaunt. Ja, deswegen ja. Darum geht's doch, Mensch. Ich will ihn doch bloß noch drinnen sehen. Ich will nicht sterben. So, das Opfer bitte vor mich setzen. So, wir erleuchten das Ganze so ein bisschen. Ja. Kommt hier bald mal was? Ja, wir warten auf Schnick-Schnack-Schnuck. Achso. Schnick-Schnack-Schnuck. Und nochmal. Was ist denn eine Schore? Ich lese andauernd Schore. Eine Schore, ne? Bin ich der Einige, der andauernd Schore liest? Ne, ich kalt halt nicht davon, Schere mit E zu schreiben. Ich schreib dann lieber mit E. Schere. Und das erkennt der Programm halt nicht. Achso, deswegen. Schnick-Schnack-Schnuck. Schereinn! Und jetzt? Seid ihr bereit? Moment. Nick? Ja. Schnuck! Nein! Warten vor ich sterbe, ich will erst noch eine Referenerie bauen. Ach ja, stimmt, er hat vollkommen recht. Kommt, solange spielt ihr. Solange kannst du mal Musik laufen lassen. Ich hör keine Musik. Warte, warte, ja, ich kann eben mal. Ihr seid so unfähig, Alter. Das ist der Hammer! Was spiele ich euch denn? Pass auf. Jingle Bells hätten wir hier. Weiß ich nicht, ist das nicht weihnachtliche oder so? Ah! Du, 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 du. Bis im Urlaub und fes Ski. Das ist so geil. Ich mach die Beleuchtung. So, wir hätten jetzt eine schöne Referenerie. Nice, nice. Und hier ist ein schöner Stuhl, aber der ist leer. Mein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir als nächster Opfer her. Durch die Kreise gewissen. Wo ist jetzt die Raffinerie? Momentan. Dum dum dum. Dum 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 dum. Warum hat denn hier keiner Bock mit mir zu spielen? Wollt ihr vielleicht gegen anderen spielen? Soll ich vielleicht weggehen? Wollt ihr vielleicht hier sitzt auf den Stuhl? Bin gleich da, bin gleich da. Raffinerie? Ach, ich war im Chat, deswegen konnte ich nicht laufen grad. Ja, das Problem hab ich manchmal auch. Eins, mit vier und sieben läufst du? Respekt. Ja. Du nicht? Nee. Wir gleich oben. Jaja, lustig Zeit. Machen wir jetzt hier eine russische Scherischstein-Papier-Part? Ja, keine Ahnung. Stell jetzt mal auf jeden Fall einen Blitzerbleiter hier hin. Ups. Voll in die Kreissäcke. Ach, ich seh grad oben einen Rest, wo meine Weltraumtür hingegangen ist. Hm? Nö, nö, das ist meine. Die Links ist deine. Arsch. Beim linken Eingang. Oh, ich hab grad gepupst. Ich hoffe, das stinkt jetzt nicht, Futur. Alter, du Arsch. Auf, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Das war drin. Seid ihr creepy, ey. Seid ihr creepy, Alter. So. Ich hab' schon geholfen wie ein Zorn hier. So. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. So. Seid ihr bereit? Ja, ich warte nur. So, warte, jetzt geht's. Schnick. Schnack. Schnuck. Oh, scheiße. Torstein. Torstein. Ja, der Stein hat verloren. Nochmal. Na gut. Seid ihr bereit? Schnick. Schnack. Schnuck. Schnuck. Okay, nochmal. Jetzt. Das passt nicht, diese weihnachtliche Mucke und diese Tonespiel da. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich erfriere hier grad. Oh, ja. Passiert. So, jetzt. Färmig. An der Kreissäge. So, Schnick. Schnack. Schnuck. Knuck. Jawoll. Warte mal. Das hier ist Rock. Der Foto mal ist wenigstens Manns genug da rein zu latschen. Ich würde denken, ich würde da rein segeln. Aber ja. Schnick. Schnack. Knuck. Teil noch Normal Okay, jetzt Ich glaube, der ist gerade verhindert, oder? Der wird ein anderer sagen Schnick, Schnack, Schnuck Scheiße Stammt Okay, 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 okay Neigt sich im Ende Teil noch So, sind wir bereit Schick, Schnack, Schnuck Yeah Final Round Hör mal, wie lange haben wir noch? Als ob wir 15 Minuten hier verbringen würden Jetzt machen wir erstmal weiter Letzte Runde hier Der war Viertel, ne? Oh Mann Das ist die letzte Runde Wenn es gegen Unentschieden wird Macht Nochmal Bereit Go, go Alter, die kriegen das gar nicht mit Die außerhalb hier spielen Schnick, Schnack, Schnuck Los Alter, nochmal 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 Go, go, go Nochmal Schnick, Schnack, Schnuck Alter Oh, seid ihr Lappen, ey Warte, warte, warte Warte, warte Okay, okay, nochmal Nochmal, nochmal Nochmal Ja Stick, schack, Schnuck So, 1.900 Pixel habe ich unsere Referierie schon rausgeholt Oh, jetzt bin ich in die Kreiswelt gerannt Ja, ich bin ja ein Roboter, da fehlt nichts Okay, von Dude kommt momentan nichts, dann lassen wir uns einfach weiterspielen Ja, von Dude, was los? Wer will einen Braillextraktor haben? Ähm Brauchen wir, also kannst du eh noch behalten, weil den brauchen wir erst im nächsten Ähm Das ist halt für den zweiten Boss, das heißt Ja, ja, aber im Beta Achso, okay Hier bringen die Gegner nichts Das muss ein Beta-Gegner sein Achso Ja, können wir uns doch auf Abwechslungsbau runtergehen Jo Lass einmal mal runter Freut sich vor Tuma Ja, bin ich jetzt mal runter Gibt es hier noch irgendwas, was noch nicht ausgebeutet wurde? Ah, ich glaube nicht mehr so viel So, also wer will Ähm, mal kurz gucken, wer ist jetzt in der Reihenfolge eigentlich dran? Also ich habe eher alles Achso, nee Warte mal, warte mal Wir hatten das abgibt von der Kupferrüstung noch nicht Oh, da ist der Gaming-Duke gerade runtergefallen Ähm Wir können das Sims noch indirekt fertig machen Wieder da Ansonsten, WB, können wir ja Waffen anfertigen Ansonsten, Dude, hast du noch irgendwelche Vorstäge, was wir jetzt machen können? Du, brauchst du noch irgendwas von der Kupferrüstung oder der Erweiterung dazu? Nee, Kupfer habe ich Gibt es eine Erweiterung? Ich habe noch gar keine Rüstung Hast du auch das abgibt dazu? Du kannst ja deine alte Kupferausrüstung in die nächste Stufe machen Krachen hat noch gar keine Okay, das stimmt so, war das ja Achso, ja, lass den Krachen mal Krachen, komm du mal zu mir Oh, ich bin tot Nee, doch nicht Oh, Leute, warte, komm, ich supporte dich Ah, ja Kommst klar? Optimal Gut, okay Dann mache ich mit eurer Einverständniskarren schon die Erweiterung Kupferrüstung, ne? Ja, ja, mach mal Gut, Moment, dann muss ich erst das alte bauen Rück Rück Eiren waffen Kannst du eigentlich schon Waffen herstellen, die über 11 DPS machen? Muss ich mal gucken, Moment Baut erst mal hier unseren Ja, ja, ja Rüstung Du, was los? Wollen wir was machen hier? Wie viel Zeit haben wir noch? Hast du die Zeit im Auge gehabt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet Ich habe sie permanent im Auge Wie lange haben wir denn noch? Vier Okay, ich sehe gerade, die Erweiterung kann ich ihn nicht bauen Dafür müsste ich nämlich jetzt Pixel haben Nein, nein, ich kann nämlich nur für mein Volk diese Flora-Rüstung bauen, die Erweiterung Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist die Erweiterung Ich habe ihm schon mal Kupfer-Ausrüstung hier zusammengeschustert Kannst du mir mal sagen, was die erweiterte Rüstung ist? Aus welchem Material die besteht? Aus Eisen und aus der alten Kupfer-Rüstung, die man gebaut hat Karren, da liegt alles, guck mal, am Boden Ups, scheiße Nein, zusagt Warte mal, Karren, ich will mal sehen, ob du das hier aufnehmen kannst Guck mal, was ich hier anhabe, zum Beispiel Das ist meine erweiterte Kupfer-Ausrüstung, die ich hier habe Ja, Happy Birthday Kannst du dir mal versuchen, zumindest Karren zu geben? Bitte? Ja Versuchen nur Hallo? Moment, ich gebe sie mal, meine erweiterte Karren? Ja? Sieh das mal an Oh, Moment Das hier anziehen Warte mal Wo habe ich denn das jetzt? Ähm Oh, ich muss meine Audiospur gleich Ganz dick bearbeiten, Alter Wieso? Oh, er kann sie anziehen, gut, er kann sie anziehen Achso, ja, still Siehste, sage ich doch, geht Ähm Warte mal, gib dir jetzt dein Zeug wieder Das hat kein Problem, dann lade ich halt hoch Äh, das hat kein Ding Brauchst du das Teil wieder? Ja, die gibt's wieder Ich boite dann jetzt gleich zusammen Nochmal Ups Ah, nicht so weit Oh, gut Warte mal, ein Teil oder zwei Teil habe ich bestimmt noch Jo, eins fährt noch Oh, was ist das? Oh, ein Pfeil Oh, ein Pfeil habe ich auch nicht bestellt, das Knie Okay, ich baute gerade deinen zusammen, Moment Alles klar Du läufst halt herum mit dem Flurratracht, von daher Das ist doch cool, wenn dich, kannst du gegen meinen Monkey-Scheiß tauschen hier Ich glaub damit gerne, um das Pfeil an das Zeug So, deine Ausrüstung ist fertig Okay Oh, wo ist meine Achse? Moment Ich muss nur droppen Zack Scheiße Und da fehlt noch was, Moment Zack Oh, der zieht das automatisch an Ja, wenn es besser ist, als du letztes ziehst das automatisch an Eher, wenn du gar nichts an hast, ja In dem Falle sind wir auch Wer möchte noch was haben? Hat jetzt jeder seine Kupferausrüstung und die Erweiterung dazu? Ansonsten baue ich euch das noch aus Ich glaube hier Dude, musst du noch mit dem alten Zeug rumrennen, bin ich der Meinung? Ja, Dude, prämier mal dein Kupferzeug, ich erweitere das mal Komm da runter, geflitzt Also einmal langisch machen, das Kupferzeug rüberschieben Ja, ja, Moment Guck dir, guck dir nicht, haben wir mit Cape und nur mit Hosen oder Unterhosen rumläuft Mhmmm 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 Karren, wir wissen nicht, wie ich neue Dinger pflanzen Ähm, wie pflanze ich die denn? Einfach hinstelle, irgendwelche so komischen Dinger Warte mal Uhu, ich bin der Nackte Und dein Ausrüstung liegt hier auf dem Boden rum Die nackte Kanon Oh So Ey, was hab ich denn für epische Sachen an? Mir fehlt aber was, oder? Äh, du hast alles Das ist Floreausrüstung, du hast keine normale Schuhe Alter, sieht aber schwul aus Ja, steht ja doch Können wir ja aussehen, so ein grünes Cape, nur so halb nackt, läuft dann da rum. Alter, ist das übertrieben schwul. Wer möchte jetzt eine Stahlwaffe haben? Wie viel DPS macht NIE, danke für die Info. DPS 20. Oh ja, ich nehme EINE. Ich hätte gerne eine Zweihandwaffe. Eine Zweihandwaffe kommt sofort. Eine Zweihandachse, aber sag mir doch, wie viel Speed die hat, bitte. Also eine Zweihandachse willst du da haben. Ja, wie viel Speed vorher noch wissen. Also DPS 25, Swingspeed 1,2,5. Ja, die nehme ich, die nehme ich. Gut, wer möchte noch eine Waffe haben? Ich hätte die selbe, ich hätte gerne dieselbe. Auch eine Axt? Ja, auch schon. Okay, noch was? Leu, wie du aussiehst. Wer möchte noch eine Waffe haben? Ja, hallo. Was für eine Waffe willst du? Die Axt, habe ich auch gesagt. Nein, ja, ich habe es schon so mal gemacht, aber es sind ja vier Leute hier. Ach so. Also der melden, der jetzt noch nichts wollte. Herr Kachen, was möchtest du für eine Waffe? Ist eigentlich egal, Hauptsache. Hauptsache ist stark. Ich gebe dir mal ein Zweihändiges Schwert. Jo. Du mir einen Speer. Kannst du mir einen Tü-Tü craften? Dann, äh. So, das Zweihändige Speer für den Kachen, bitte mal vortreten. Bitte? Oh, ist das nice. Wo ist er denn jetzt? Hier. Ah, wunderbar. Das ist der mit der Floherkleidung. Vielen Dank. Ja, der muss jetzt spezifischer werden. Da ist seine Axt. Oh, herzlichen Dank. Und da ist die zweite Axt für den Suzer. Oh, die hat das Kachen. Ja, ja. Oh, habe ich die wieder? Dann wollen wir mit 2-2-Enderung rennen. Wahrscheinlich hier eine Fury-Skillung. Wo bist du denn Suzer? Kennst du nicht, kennst du nicht. Ich weiß nicht, wo du beginnst. Ach, du bist der, der Weihnachtsmann hier, wann? Ist die Axt für die Gruppe nicht. Ah, war, bin ich blöd, da ist die Waffe doch so. So, und das nächste, was wir benötigen, ist Silber. Okay. Um, also, um, äh, war. Materialienproben und es ist schrecklich, Sorgen zu machen. Gut, Silberhammer schon 300-Bahn, aber belassen Sie es mal bei der Ausrüstung. Momentan ist in der Augen, ohne Planeten. Mhm. Wenn es mal das so war und, was machen wir jetzt um, der Partzeit? Wie würde ich mir vorstellen, dass wir, ja, ich weiß heute auch nicht. Was dir heute einfallen, ihr seid die Kreativen. Ich bin der Dumme. Ich bin nicht kreativ, ich bin dumm. Nein. Ja, eigentlich ist es schon drüber, wir können eigentlich Schluss machen. Ist es schon drüber? Naja. Halbzeitlich russisch Roulette und ein bisschen Equipment-Checking hier gemacht, ne? Ja, das war ja. Aber das russische Roulette, das müssen wir ein bisschen effektiver spielen hier. Also die beiden Humble-Männer, die nie vor dem Stuhl saßen, schämt euch. Am besten doch mit Laser-Kanonen irgendwie. Ja, mit der Panzer-Pauce, auf jeden Fall. Och, joa, übertreibs. Das hat vielleicht bestimmt. Mach hier ne romane Vorstelle und dann kannst du wieder zum Karmus rein. In der Buda müsst noch hier. Also ich bin ja nicht hier Mitspieler, ich bin nur der Typ, der im Hintergrund Mundharmonika spielt. Das ist ganz geil. Aha. Lass uns ein Abschlusslied-Abschlusslied-Trallern. Klar, was wollt ihr denn hören? Hark the herald angels oder irgendwie sowas. Ihr seht alles scheiße aus, wisst ihr das? Gerade wenn ihr sagt, gut hier, gutt euch mal dieses metrosexuelle etwas an. Ich strebe mich auch noch extra, so ein bisschen hier. Hallo? Alter, sieht das aus. Das ist echt übel. Bei mir passt es ja noch aber bei euch, ich stehe da irgendwie das Teil raus. Ja gut, da will ich mal sein mit Ben in den Part, oder? Ja. Wenn das sein muss. Ja, dann zieht durch Freunde, bis dann und tschüss. Tschüss rein. Tschüss rein. Untertitelung des ZDF, 2020